Risikoschwangerschaften sind Schwangerschaften, welche mit einem Risiko behaftet sind. Dazu gehört das mütterliche Alter unter 18 Jahren oder über 35, der Diabetes mellitus, ein vorbestehender Diabetes mellitus oder der Gestationsdiabetes, der Bluthochdruck, vorbestehend oder während der Schwangerschaft aufgetreten. Das Risiko für eine Frühgeburt oder bei Zustand nach einer Frühgeburt nach einer vorangegangenen Schwangerschaft, eine Fellbildung oder eine Entwicklungsstörung gehört zu einer Risikoschwangerschaft.